Hey Leute, ihr habt ein Talent und habt dazu noch Roblox Voice Chat, dann joint meinen Discord Server, denn ich habe eine tolle neue Video-Demail ausgedacht, wo ihr mit Roblox Voice Chat hier euer Talent zeigen könnt und zwei andere Leute mit mir werden dann euer Talent bewerten dann. Und der Gewinner von der ganzen Show wird dann 2000 Robux bekommen und damit könnt ihr Premium oder andere Sachen auf Roblox kaufen. Das heißt, wenn ihr ein cooles Talent habt, kommt auf den Discord Server und bewerbt euch und ich würde sagen, wir sind es dann hier in der Talent Show. Bye!